Die Bibliotheca Nazionale Magiana ist eine der größten Nationalbibliotheken Italiens und eine der wichtigsten Sammlungen für griechische, lateinische und orientalische Handschriften. Sie befindet sich am unteren Ende des Markusplatzes zwischen Campanile und Zecca in Venedig. Geschichte der Bibliothek Die Bibliothek ist aus wertvollen Stiftungen hervorgegangen. Die erste Schenkung erfolgte 1362 von Francesco Petrarca, der Venedig seine Handschriftensammlung vermachte. Der zweite hervorragende Metzen war Kardinal Bessarion. Er schenkte am 31. Mai 1468 seine private Bibliothek der Republik Venedig zum allgemeinen Nutzen der Menschen et communum hominum utilitatem. Die beiden Stiftungen bildeten den Grundstock der Bibliothek der Kathedrale von San Marco. Die Bibliothek wuchs durch die Einverleibung von Bibliotheksbeständen auf dem Gebiet Venedigs durch die Republik und dank der Schenkungen durch. Weitere Stifter Dank des einzigartigen Bestandes griechischer Handschriften wurde die Bibliothek seit dem 16. Jahrhundert zum Zentrum humanistischer Studien. 1603 erließ Venedig ein Gesetz, das von jedem auf venezianischem Gebiet gedruckten Buch ein Pflichtexemplar an die Bibliotheka Magiana abgeliefert werden musste, das heißt, sie übernahm die Funktion einer Nationalbibliothek der Republik. Nach dem Fall der Republik wurden viele Klöster durch Napoleon säkularisiert und die Bibliothek erhielt weiteren Zuwachs aus Klosterbibliotheken. Bestand 900.000 Bände 2884 in Kurnabeln 13.000 Handschriften 25.000 Drucke des 16. Jahrhunderts 6.800 Landkarten Spezialgebiete der Bibliothek sind klassische Philologie und venezianische Geschichte. Außerdem besitzt sie eine wertvolle Sammlung von Musikalien sowie von Atlanten und geografischen Karten wie die Weltkarte des Affärer Mauro und den berühmten Plan der Stadt Venedig von Jacopo de Barbarie aus dem Jahr 1500. Unter den unzähligen Kostbarkeiten der Bibliothek befinden sich zwei Juma-Ausgaben, der Homerus Venetus A aus dem 11. Jahrhundert und der Homerus Venetus B aus dem 12. Jahrhundert. Die Chronologia Magna des F.R.A. Paulino mit der ersten Karte Venedigs, die Plinius-Handschrift für Pico della Mirandola von 1481, sowie ein Exemplar des ersten in Venedig gedruckten Buchs. Die Epistole et Familiaris von Cicero von 1481 Die 56 Bände Tagebücher des Marino Sanudo Eine der wichtigsten Quellen für die venezianische Geschichte zwischen 1496 und 1533 sind ebenfalls in ihrem Besitz. Ein besonderer Schatz der Bibliothek ist die fast vollständige Sammlung von Aldinen. 1843 kam die Sammlung von Marco Contarini mit wertvollen Opernmanuskripten des 17. Jahrhunderts als Schenkung zur Bibliothek. Die Librierie Bedingung der Schenkung durch Bessarion war, dass die Bibliothek an einem würdigen Ort untergebracht werden sollte. Die Republik ließ sich jedoch zur Erfüllung dieser Pflicht viel Zeit. Die Büchersammlung der Republik war 1362 in einem Haus an der Rivadegi Schiavoni untergebracht, dann in San Marco und später im Dogenpalast. 1534 planten die Prokuratoren einen Bau für neue Amtsräume. Im Obergeschoss sollte die Bibliothek mit Lese- und Hörsälen untergebracht werden. 1537 erhielt der Architekt Sansovino von den Prokuratoren von San Marco den Auftrag zum Entwurf eines Bibliotheksgebäudes an der Piazzetta. Der Bau wurde am Campanile begonnen. 1545 stürzte das Gewölbe des Lese-Seils ein und Sansovino wanderte ins Gefängnis. Dank der Fürsprache einflussreicher Freunde wurde er jedoch wieder freigelassen und konnte weiterarbeiten. Musste den Schaden jedoch auf seine Kosten beseitigen, nach seinem Tod vollendete Wink & Soskamozzi von 1582 bis 1588 den Bau. Die Librerie, vor allem Treppenhaus und Lesesaal wurden prunkvoll mit Werken der ersten Künstler Venedigs, wie Veronese, Tizian, Alessandro Vittorier und Tintoretto ausgestattet. In Sansovinos Libreriebau war die Bibliothek ab 1553 untergebracht. 1812 wurde sie wieder in den Dogenpalast gebracht, da das Gebäude für andere Zwecke genutzt werden sollte. Dort blieb sie bis 1904. Heute befindet sich die Sammlung wieder in der Librerie und in dem angrenzenden Münzgebäude. Der ebenfalls von Sansovino erbauten Zecker, Leiter der Bibliothek. Marc Antonio Sabelico ab 1530 Pietro Bembo, Jacopo Morelli, Pietro Bezio, Giuseppe Valentinelli, Giovanni Veludo, Carlo Castellani, Salomone Morpurgos, Carlo Frati, Ulisse Ottensi, Giulio Cocciola, Ester Pastorello. Luigi Ferrari, Pietro Zorzanello, 1948-1951, Taglie Gasparini-Leporeis, Giorgio Emanuel Ferrari, Eugenie Govi, Gian Albino Ravalli Modoni, Marino Zorzi.